Nia ist für mich eine Art, mein Glück zu tanzen und mein Glück zu zeigen. Ich bin eine sehr glückliche Frau und ich liebe es, mit anderen Menschen glücklich zu sein. Und was ich auch habe, in Nia wurde ich noch nie verletzt. Nia ist eine Art von Bewegung, die mich gesundheit, sicherheit und wo ich mich sicher fühle in den Bewegungen. Das ist für mich ganz wichtig. Die Gesundheit in der Bewegung, das ist auch das, was ich gerne vermitteln möchte und das mag mich nicht so glücklich machen.